Obst und Gemüse, das ist richtig gesund. Und darum geht es auch heute in unserem Fotorätsel. Als erstes siehst du einen kleinen Ausschnitt von einem Gemüse, einem Stück Obst oder auch einer Nuss. Du kannst direkt von Anfang an mitraten, ob du erkennst, um was es hier geht. Nach drei Bildern wird es aufgelöst. Viel Spaß beim Raten! Gut erkannt, das ist eine Orange. Und nun geht es schon weiter mit dem nächsten Obst. Das war wirklich nicht leicht, aber gut erkannt. Und das ist ein Ananas. Nun geht es mit einer Nuss weiter. Erkennst du sie? So eine Kokosnuss ist gar nicht so leicht zu knacken, aber es lohnt sich. Weiter geht es mit einem Gemüse. Richtig! Gut erkannt! Das ist eine Gurke. Weiter geht es mit einem ganz besonderen Obst. Das ist wirklich ein besonderes Obst. Es ist ein Granatapfel. Ich mag ihm am liebsten Obstsalat. Das nächste ist ein Gemüse, was du bestimmt kennst. Richtig! Das ist Lauch. Ich mag ihn am liebsten in einer Suppe. Schon mal ausprobiert? Na, wenn nicht, dann versuch's mal. Weiter geht's mit einer Nuss. Gut erkannt! Das ist eine Walnuss. Weiter geht's wieder mit einem Obst. Gut erkannt! Das ist natürlich ein Apfel. Und weiter geht's zu unserem letzten Obst. Na, hast du sie erkannt? Das sind natürlich Bananen. Du bist richtig gut! Das ist natürlich eine Ausbildung. Gut erkannt! Gut, da ist mein Mann. Du bist richtig gut! Gut, da ist mein Mann. Du bist richtig gut! Gut, aber der Sitz ist ein Hai. Gut, da geht's! Gut, aber Battery! Gut! Musik! Gut, da istいきます! Gut, da ist dein Mensch. Gut, da ist das Problem. Untertitelung des ZDF, 2020